Hi, ich bin Mila und mein magisches Hostiomorfil kann sich in alles verwandeln, was ich will. Oh, nein! Du hast mich besiegt, Herr Archen. Herr Archen gewinnt wieder! Herr Archen Superheld! Ich wünschte, ich wäre eine echte Superheldin. Okay, Mila Superheldin. Ich habe keine Superkräfte. Du bist albern, Morfel. Morfel hat... Jetzt Mila Superheldin. Wow, danke, Morfel. Du! Oh, nein! Komm zurück, Bella. Mila, die Superheldin, wird Bella für dich zurückholen. Oh, da ist sie ja. Keine Sorge, Bella. Ich bin's nur mit Morfel. Oh, du hast sie gefunden. Vielen Dank. Mila, die Superheldin. Aufhören, bitte! Mila, die Superheldin, wird deinen Wagen aufhalten. Keine Sorge. Danke, Mila. Mila, rette Katze! Ja! Wir müssen noch den Eiswagen aufhalten, Morfel. Buh! Ah, ihr habt in meiner Eiswagen gestoppt. Vielen, vielen Dank, Mila, die Superheldin. Keine Ursache, Sir. Das ist was Superheldinnen tun. Mila, schau mal! Noch einmal, Jörn. Okay, Stein. Ja, Stein. Ja! Ja! Fahr weg, Jörn! Aber wir steigen fest! Ja! 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 Es ist so schwer! Ah, danke, Mila, die Superheldin. Ja! Superhelden helfen Menschen. Aber wisst ihr, was sie auch tun? Nein, was tun sie auch? Sie stecken Banditen ins Gefängnis. Mhm! Ja! Haaah! Hi allerseits! Seid ihr bereit, mit uns durch die Zeit zu reisen? Wir gehen zurück zur Zeit der Dinosaurier. Oh! Dinosaurier! Es gibt ganz viele verschiedene Dinosaurier und wir werden sie alle studieren. Ja! Los gehen! Da sind wir. Die Zeit der Dinosaurier. Da. Oh nein, das sind Velociraptoren. Velociraptor sind kleine, aber gefährliche Dinosaurier. Heilige Reagenzgläser. Puh, das war knapp. Danke, Morphel. Morphel, verwandel dich in ein Gallimimus. Oh, wow. Ein Gallimimus ist einer der schnellsten Dinosaurier überhaupt. Toll, Morphel. Schaut, dort drüben. Das sind Argentinosaurier. Sie sind so groß und sie essen nur Pflanzen. Oh nein, wir müssen dieses Ei retten, Morphel. Verwandel dich in einen Pteranodon. Du hast es geschafft, Morphel. Jetzt müssen wir die Mutter dieses Eis nur noch finden. Hm, es sieht nicht aus wie ein Argentinosaurus-Ei. Nein, schau. Das ist ein Argentinosaurus-Ei. Gleich dort drüben. Lass uns weitersuchen. Ein Triceratops. Triceratops haben drei große, scharfe Hörner. Oh, das ist so süß. Aber schau, diese Eier sehen ganz anders aus als das Ei, das wir haben. Also ist dieses Ei kein Triceratops-Ei. Interessant. Wow. Ein echter Pteranodon. Und er versucht, uns von seinen Eiern wegzujagen. Und schau, diese Pteranodon-Eier sehen nicht so aus wie unser Ei. Lass uns schnell weiterfliegen. Das sind Ankylosaurier. Sie können mit dem Ende ihres Schwanzes richtig fest zuschlagen. Aber seh dir diese Eierschale an. Sie ist ganz anders als unsere. Schau, Krokodile. Krokodile. Hä? Wieso sind hier Krokodile im Zeitalter der Dinosaurier? Krokodile sind eine sehr alte Spezies. Es gab sie bereits im Zeitalter der Dinosaurier. Wow, aber schau, die Krokodile-Eier sehen anders aus als unsere. Oh, ich glaube, wir werden niemals die Mutter dieses Eis finden. Wow, ein Spinosaurus. Es will uns fressen. Lauft! Morphel, verwandel dich in einen T-Rex. Ein Spinosaurus ist viel größer als ein T-Rex. Ich glaube nicht, dass es uns fressen will. Aber was will es denn dann? Ich weiß, es will das Ei. Der Spinosaurus ist wohl die Mutter dieses Eis. Puh, das war knapp. Gut gemacht, Mila. MDR 2021 Oh, schau, Murphy. Ein Regenbogen. Er ist so strahlend und farbenfroh. Lass ihn uns genauer ansehen, Murphy. Verwandle dich in ein Einhorn. Lass uns dem Regenbogen folgen und sehen, wo er uns hinführt. Oh, hallo ihr beiden. Willkommen in unserer magischen Welt. Wollt ihr denn mit uns spielen? Aber sicher, das klingt nach einer Menge Spaß. Los, wir folgen ihm, Murphy. Gesellt euch zu uns für eine Tasse Tee und ein Törtchen. Oh, dankeschön. Die Sonne geht unter und wir müssen die Sterne in den Himmel setzen. Wollt ihr uns dabei helfen? Klar, das klingt nach einer Menge Spaß. Oh, ich glaube, wir müssen zurück. Es ist schon spät. Oh, nein. Der Regenbogen ist verschwunden. Wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Meine Freunde und ich können euch helfen. Gros, orange, gelb, grün, blau, violett. Wow, dieser Regenbogen ist so schön. Dankeschön vielmals. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh. Ich glaube, Kenneth braucht einen Arzt. Verwandle dich in einen Krankenwagen, Morphel. Wir bringen dich ins Krankenhaus, so werter Kenneth. Oh, danke, Mila. Oh je, sieht aus, als wärst du böse hingefallen. Komm mal mit. Ich glaube, das Butterbrot ist verdauben. Ist alles okay, Herr Bürgermeister? Naja, mir ging's schon mal besser. Oh, das ist nicht gut. Komm, wir bringen ihn auch zum Arzt, Morphel. Verwandle dich in einen Krankenwagen. Kenneth muss sich ausruhen. Also bitte keinen Unfug während der Fahrt, ja? Lass mich raten. Grün vor Neid? Verdorbenes Butterbrot? Komm schon rein. Ich helf dir sofort. Okay, alle verstecken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das war leicht. Ich kann nichts dafür. Es juckt mich überall. Hm. Morphel? Ich glaube, du musst dich wieder in einen Krankenwagen verwandeln. Okay. Und ab jetzt, sei vorsichtiger mit verdorbenem Essen. Oh je, Mine. Heute ist viel los. Es juckt so sehr. Glaube ich gern. Das ist eine allergische Reaktion. Komm mit. Ich habe eine Salbe dafür. Ah. Alles okay, Morphel? Genji. Hm. Sieht aus, als könnte unser kleiner Helfer auch Hilfe gebrauchen. Geht's schon besser? Ja. Aufgepasst, Leute. Haie im Wasser. Morphel, wir müssen diesen Haien sagen, keine Leute mehr zu erschrecken. Verwandle dich in ein Hai. Haie, Angst machen Leute. Was machen sie nur? Wow. Gut gemacht, Morphel. Aber schau. Diese Haie erschrecken noch immer Leute. Wir müssen ihm helfen, Morphel. Hört auf, ihr Haie. Roboter. Oh nein. Roboter-Haie? 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 Wir müssen sie stoppen, aber sie sind zu schnell. Nur noch einer, Morphel. Ich denke, die Roboterhaie müssten jetzt alle Leute vom Strand geschreckt haben. Ja, dann können wir jetzt alle Strandtücher klauen. Und Professor Rashid ist glatt darauf reingefallen. Ich habe ihm nämlich gesagt, dass wir diese Roboter nur brauchen, um Haiforschung zu betreiben. Und er hat sie für uns gemacht im Austausch für ein einziges Eisandwich. Ich frage mich gerade, wo sind unsere Roboterhaie? Pass auf, Morphel! Banditen! Nicht die zwei schon wieder. Morphel, verwandel dich in einen großen Hai! Puh! Du bist kein Hindernis für meine Roboter. Los, hol sie auf! Du brauchst keine, Morphel! Au, 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 au! Wir müssen hier schnell weg! Schau, Stein! Unsere Roboterhaie wollen uns retten! Das sind keine Roboterhaie, John! Das sind echte Haie! Hilfe! 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 Ich glaube, ihr habt heute etwas Wichtiges gelernt. Ja, echte Haie sind gefährlich. Also, sollten wir keine Leute erschrecken, wenn wir uns als Haie verkleiden? Ja, genau. Danke vielmals, dass ihr auf diese angsterregenden Tiere aufpassen, solange am Zoo gebaut wird. Gar kein Problem, Kenneth. Sie sind nicht angsterregend, wenn man sie kennenlernt. Morphel, verwandel dich in einen Laster! Morphel öffnen, Käfig! Mach nur, Morphel! Schau mal, sie fühlen sich schon wie zu Hause. Sind die denn komplett verrückt geworden, Bucky? Man kann diese Tiere nicht im Hinterhof halten. Sie sind viel zu gefährlich. Sieht aus, als müssten sie es auf die harte Tour lernen. Was ist hier denn los? Warum streitet ihr? Warum streitet ihr? Also gut dann. Hey, hört auf! Vielleicht war es doch keine gute Idee, die Tiere herzubringen, Papa. Ja, da magst du recht haben. Wenn sie nicht brav sind, bringen wir sie zurück zu Zoo-Wärter Kenneth. Wir füttern sie jetzt mal. Vielleicht beruhigt sie das. Und was macht ihr jetzt, ihr blöden Tiere? Nein, nein! Hilfe! Bucky, warte auf mich! Bucky! Oh nein, wir müssen ihn retten, Morphel! Verwandle dich in einen Helikopter! Okay, verwandle dich in einen Truck mit einem Käppchen, Morphel! Tiere, warum seid ihr nur so ungezogen? Weil es einfach böse Tiere sind. Der Sieg gehört mir! Hey, hör auf! Hast du sie die ganze Zeit geärgert? Na und? Es sind beängstigende Tiere. Äh, so warm! Also, wir fahren zum Strand. Haustiere, kümmert euch um den Laden, während wir weg sind. Tschüss alle zusammen! Also, jetzt zum Geschäft, Jan! Hast du sie probiert, Stein? Ziemlich gut! Oh, hallo, Madam! Stört Sie das heiße Wetter etwa? Ja, ganz schrecklich! Vielen Dank der Nachfrage! Hier sie ein, Helm! Viel besser, oder? Wer als letztes im Wasser ist, ist eine Essiggurke! Wo kommt bloß das Eis her? Nichts zu danken! Viel Spaß! Keine Sorge, Papa. Wir werden sie aufhalten. Verwandle dich in einen riesigen Löwenmorphel. Verwandle dich in einen riesigen Löwenmorphel. Morphel! Keine Sorge, Morphel. Ich krieg dich da raus. Morphel hat's auch erwischt, was? Papa, du bist frei. Oh, ja. Zum Glück ist die Sonne heute so heiß. Jetzt lass Morphel da rausholen. Jetzt ist Morphel ein Monster Truck. Mit Stacheln auf den Rädern. So verlieren wir auf dem Eis nicht den Halt. Hm. Wie wär's hiermit? Oh-oh. Äh. Wollt ihr ein Eis haben? Nein. Da, bitte sehr. Zwei kleine Roboter. Wie bestellt. Perfekt. Wie bitte? Oh, äh, nichts. Äh, danke. Auf Wiedersehen. Hast du alles dabei? Ja. Perfekt. Also, schauen wir mal, ob es funktioniert. Schau, es sind die Banditen. Schau, es sind die Banditen. Dieser Plan wird hervorragend funktionieren. Psst. Morphel. Mila. Wo, wo ist dein Ball? Vergiss den Ball. Wir spielen jetzt ein anderes Spiel. Nun, komm mit mir mit. Okay. Morphel, du wolltest den Ball auch holen? Nein. Oh. Willst du ein anderes Spiel spielen? Nein. Oh. Okay. Willst du nach Hause gehen? Nein. Ähm, hast du eine andere Idee? Nein. Hm. Morphel, hol die Eiscreme. Ha, 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 ha. Mila, nicht spielen? Mila? Du benimmst dich sehr seltsam, Morphel. Du willst dich auch gar nicht verwandeln. Nein. Du sagst immer nur nein, nein, nein. Papa, Morphel ist komisch. Aber Mila, das ist wirklich nicht nett von dir. Hi, Morphel. Wie geht's? Nein. Äh, willst du denn Eiscreme haben? Nein. Kein Eiscreme? Ah, stimmt was nicht. Oh nein, äh, das tut mir leid, Morph... Hey, warte mal kurz. Na, ich sag's doch. Dieser Morphel ist nicht echt. Die Banditen. Morphel, wirklich hol den Ball? Ja, Morphel, du holst den Ball jetzt. Ha, ha, ha. Oh, sieh ihn dir an. He, he, er macht sich bereit. Oh, hey Morphe. Willst du mit uns beispielen? Hey. Papa, da drüben. Oh nein, es ist Milas Dad. Bleib cool, Johann. Hey, Mila. Was machst du da? Ja, äh, weißt du, Mädchenzeug. Psst, Morphe, hier drüben. Na gut dann, mach du nur. Bis später, Mila. Wiedersehen, Papa. Sehr gut, Johann. Es folgt jetzt der nächste Streich. Morphe? Bemal die Wand. Nein. Nein. Gib mal her, Morphin ein. Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann ein Elefant. Nein. Nein. Und ... um ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020